und zwar mit direkt anschluss weil ich glaube das ist das einzige was überhaupt jemals irgendwie du brauchst du brauchst jetzt welche von den chipboards das ist kein problem davon haben wir oben glaube ich die kiste mit zwei drei stacks voll die ich nicht beschränkt habe was jetzt so im nachhinein vielleicht die beste idee war die ich hier hatte schränke ich mal auf 1 und jetzt fehlt holz das ist okay das heißt die circuit boards bringen nach unten die engines müssten aber auch gebaut werden und das ist doof das ist sehr die hätte ich eigentlich ganz gerne selber hergestellt also im spieler tag war sie ja also brauche ich noch mehr fabriken da unten ich will meine roboter ich will meine roboter haben bitte rote tränke das hier alles ein bisschen zu beschleunigen ja währenddessen baue ich da unten ein konstrukt das irgendwie engines herstellt so das heißt du machst rote engines du machst also die gelben engines dann machst du irgendwas du machst was anderes du machst iron gear wheels du machst und brauchen wir eisen anscheinend haben haben wir hier wo eisen da hätten wir eine kiste aber nicht wirklich okay mach eine kiste dazwischen die denn ebenfalls befüllt werden muss hier kommt ein steckt da rein so wenn wir da jetzt eisen rein tun ist alles gut ja da ist alles gut ja wie gesagt bei weitem nicht in ordnung was ich gerade tun es wird wieder viel zu viel microman also selber hinlaufen auffüllen bedeuten aber ich denke dadurch kann ich das ganze mit den robotern ein bisschen kickstarten sobald die ersten roboter da sind können die wieder fliegen und 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 ich hoffe ich kann die forschung auch schnell genug hoch treiben dass die da hin ich kenne forschung schnell genug hoch treiben dass die roboter auch schnell genug effektiv werden nicht so wie der letzten staffel wo es doch recht lange dauert hat so dass sie gut aus mit gelb und grün mit rot und grün grün könnte bestimmt hinterher hinken also helfe ich da jetzt weiter kein eisen ja jetzt wo du sagst ich komme lang so wenig verlegenheit dass ich mehr eisen verbraucher als ich produzieren was nicht so schön ist das muss ich im auge behalten hier ist okay hier ist okay ja weil zum beispiel roboter habe kann ich das wieder so machen wie in der letzten staffel mit fabrik 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 warte mal das geht jetzt gar nicht mehr ne nee das geht nicht mehr das ist noch so eine dezente sache die ich ähm schon seit einer weile erwähnen möchte aber ich habe angst es zu erwähnen die abstände von den pols gefallen mir nicht ja ich habe es gesagt aber wir müssten ja erstmal forschen bis irgendwas machen kann und ja ja hauptsache erst an der basis haben die funktioniert ich bin froh dass wir hier schon die ersten batterien abstauben können sogar ziemlich schnell ziemlich viele dass wir aber betrug das verbrauchte ich schon leicht öl wir haben keinen abnehmer für leicht öl weil ich denke brennstoff blöcke werden wir auch nicht brauchen könnte ich also theoretisch auch schon splitten aber ich kann noch nicht splitten richtig habe ich immer noch eine chemik geplant ne keiner nicht ja kommt erst später also splitten keiner nicht rote achso warum kommt kein lubricant weil das das falsche ist du so jetzt kommt lubricant okay rote engines kommen auch oh warte da muss gar keine kiste hin da muss noch eine fabrik hin und zwar eine fabrik für die noch nicht herstellbaren den dingens boomens advanced logistik ja ganz viel interessantes tolles neues zeug nein das meine ich gar nicht kann ich die schon herstellen die flying frames die müssen doch erst mit flight kommen oder war ich mir relativ sicher ja warte das da ne hat doch robotics da bräuchten wir erstmal advanced electronics aber hier die brauchen wir das heißt batterien und noch mehr circuit boards was batterien werden da oben haben wo mich hätten das ganze ding anders aufgezogen also die drei fabriken nach da und die fabrik nach da dann hätten wir die batterien von da direkt nach da bringen können ist aber nicht so schlimm machen wir jetzt anders was wir legen einfach hier eine fließband so und legen die batterien dann ab sofort da drauf und nicht mehr da hin so und schnappen uns da die so und du stellst dann die flying frames her mit batterien und was noch also sehe ich hier wieder nicht werden wir später sehen ist okay hauptsache sammelt sich hier schon ein bisschen was die sag ich mal ein die sag ich auch ein für etwaige projekte und dann ist gut oh ich crafte gerade nix baue mal mehr von den poles die wir eventuell an 10 20 staffeln äh folgen ersetzen da so oh genau euch wollte ich auch noch hin pflanzen baue mal die normalen solar panels ein bisschen unheimlich dass wir tagsüber nicht so ganz hoch kommen obwohl wir schon diesen 24 stunden tag hatten so ja viel besser so du 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 gut äh ihr müsstet auch weg aber ich ach doch da kann ich treffen ding 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 so laserforschung wollte ich auch noch machen für die lasertürmer ne und wo wir bei dem thema wären mauern sitzen sollte auch noch ganz angebracht sein bis wo gehe ich bis kurz vor dem weißen feld da weißes feld weißes feld weißes feld da dann müsste ich jetzt mit poles einfach hoch gucken wo denn passendes ende wäre da da hier ja und hier rüber ziehen sehr gut hier werden dann später wieder termiten dran knabbern dürfen weil jetzt wo ich ähm die farm laufen habe und wo ich regelmäßig holz bekommen habe ich ja nicht mehr ganz so viele hämmerungen das hier wegzureißen ist immer noch problematisch was smog angeht aber smog sollte kein problem mehr sein bald weil wir nicht viel strom haben oder sehr viel strom wegen den ganzen akkus und solar panels und was weiß ich und wir einfach überall wieder eine mauer aus lasertürmer hinstellen und dann können wir ruhig wieder durch ihn angegriffen werden das ist mir sowas von lieb weil jetzt selbst die ganz kleinen beißer ja auch diese mini artefakt dinger da droppen das ist das ist krass ja so akku ist voll ok bau die besseren akkus forschung ist am laufen grüne tränke habe ich gebaut zwei wow ok aber hier haben wir keine pausen gerade drin das ist sehr schön ja also die nächsten drei vier folgen werden recht ruhig werden denke ich ich werde nur ein bisschen hin und her dümpeln und vorbereiten dass die roboter kommen das heißt dass genug flüssigkeiten da sind für die roten engines dass die anlage für skylight allgemein da ist dann soll ich die forschung noch im auge behalten was wir jetzt für die rohroports brauchen was für neue arten von rohroports es gibt weil da habe ich auch schon was gesehen dass man da anders expandieren kann und dann überlegen wo wir roboter zuerst einsetzen also auf keinen fall bei den rohstoffen den fehler habe ich schon oft genug jetzt gemacht also nicht bei kupfer und eisen erz wo war's ja das gibt es gar nicht mehr ha stimmt das problem haben wir gar nicht mehr ich hätte ja vorher irgendwas gemacht dass dann das kupfererz und das eisenerz von den robotern zu den schmelzen geflogen wurde und das war irgendwie recht viel arbeit ich habe auch keine ahnung warum aber das haben wir nicht mehr wir haben jetzt ja alles das hier ja das ist richtig wir können oder sollten demnächst das hier auch erweitern ja und die eisenplatten und kufferplatten die dürfen roboter fliegen das haben sie schon immer gemacht das haben sie immer ohne probleme gemacht also halbwegs das ist gut ja dann würde ich sagen sobald die ersten roboter kommen expandieren wir das hier also verdoppeln das einfach wir machen doppelt so viele replikatoren und doppelt so viele schmelzöfen die ganze kiste weiter nach links und aus den kisten dann supplier chest ja und dann können wir das hier abreißen und alles wieder roboterisieren wobei ich noch keine ahnung habe wie die fabriken jetzt in das muster reinpassen sollen gar nicht gar nicht also wir können das so bauen dann ist da mal ein bisschen platz zwischen für ärmchen oder den gleichen aber das finde ich nicht so toll wie letztes mal warte mal warte mal warte mal hä äh es geht doch auf es geht sogar besser auf als letztes mal ich brauche mal ganz gut mehr hier einfach irgendwelche schlechten fabriken und ja ihr seid nicht schlecht ihr seid nur alt und nicht gut versorgt ich weiß also mache immer eine fabrik obendrauf auf dem pol unter links und rechts eine davon und dann haben wir eine durchgehende wand aus fabriken ja das ist aber wieder hightech bereich das heißt hier hätten wir jetzt keinen platz für fließbänder was nicht so toll wäre ja mal gucken aber anscheinend das muster weiß sich zu wehren es merkt dass es auf der kippe steht und dass ich es eventuell ersetze durch ein anderes muster und deswegen zeigt es mir so eine tollen neuen möglichkeiten jetzt gerade ja ist ok hast dir noch eine galgenfrist erwähnt das ist ok naja hier geht es schon wieder los was warum hast du keine davon weil du auch kein eisen hast stimmt ich habe irgendwo eine kiste äh was oh du bist fertig ähm ich bräuchte die da modulogic board komisches silikon wafer und Plastik und stimmt Plastik muss ich herstellen research wo ist eure Versorgung da ist die Versorgungskiste wow oh alter wo ist mein ganzes Zeug hin wie viele Batterien haben wir inzwischen was äh ok wir haben fast keine Batterien hergestellt und trotzdem haben wir keine Ressourcen mehr das ist hm ja ok ok ich brauche mehr Ressourcen En, viel mehr Ressourcen ähhh na,s fehlt euch Kupfer was fehlt uns Kupfer oder Eisen also Replikatoren bauen huh ja das heißt das mit dem erweitern mache ich eventuell jetzt schon wo noch keine Roboter da sind weil wir sonst nicht hinterherkommen schmelzöfen habe ich immer noch keine finden können von replicator smart das heißt wir werden hier eventuell auch wieder umsteigen müssen auf die anderen ich weiß noch nicht wann und wie und wo das alles abzureißen wird nackt in der musik um also eventuell die nächsten ein zwei folgen wo wir darauf warten dass die forschung fertig wird und kleinkram machen reißen wir das einmal ab und bauen es zukunftsfreundlicher wieder auf zukunftsfreundlicher würde bedeuten wir hätten hier den ganzen satz replikatoren bauch schon mal ein paar und machen nicht direkt dahinter die schmelzöfen sondern die schmelzöfen machen wir ganz dahinten in der wallachai und verbinden sie dann mit einem langen fließband so dass wir dann immer schön replikatoren ranhängen können und nicht gleich die schmelzöfen verschieben müssen das klingt sinnvoll das klingt sogar ziemlich sinnvoller so zu machen weswegen ich es hoffentlich bin ich bis zum nächsten mal vergesse in dem sinne mache ich mal ganz kurz hier die nach oben damit wir uns daran orientieren können wo was hinkommt die ganzen alten mästeln abreißen das ist okay das heißt wir haben in diesen folgen jetzt geschafft die ganze öl sache aufzubauen und zwar richtig schnell das waren top speed normalerweise ist mit dem ganzen rumgefriebenen immer drei vier folgen gewesen haben auch schon die ersten batterien in der vorbereitung die ersten roten engines theoretisch können wir schon so laufbeinchen bauen hätte ich denn eine modulare rüstung und sehr sehr viele portable solarzellen ja gut wir haben das holz für unsere komischen circuit boards obwohl die circuit boards wahrscheinlich auch bald ersetzt werden durch diese komischen weißen dinger kann ich die schon die da für fülle fülle board auch resin ja und das braucht ferric chloride solution ich habe keine ahnung wo das ist also ja das wird auf jeden fall interessant müssen wir schauen also vorbereitung auf roboter ausbau weiter der stromgeschichte aus schrägstrich umbau der grundversorgung mit eisen kupfer und damit sollten beschäftigt sein bis die roboter da sind die privat schmelzt sich unten muss ich mal gucken ob ich dir auch da lass ja also genug zu tun wir sehen uns dann gleich wieder